Bis zum Rand. Komplett Gag. Was ist das denn? Alter! Hörbele! Hörbele! Ich kenn die Map! Da gibt's auch was hinter den Kulissen. Hörbele! Hörbele! Der Käse kommt! Hey! Hier gibt's Traitor-Waffen! Hier gibt's Special-Traitor-Waffen! Wo sind die Traitor-Waffen? Hier bei mir! Ist ne Vitrine! Das kann der Traitor öffnen! Da sind spezielle Waffen drin! Ne, ich bewachte das! Hier ist auch noch eins, warte! Aber du musst ja aufpassen! Ich weiß, hier gibt's Verstecke fallen. Bowling! Okay, ich weiß, wo Rayon ist. Quid, komm mal mit! Nee! Das sind ne geile Waffen, ernsthaft! Ich hab, ich hab, äh, Eli Wentz gefunden. Aus Half-Life. Nein, 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 nein! Komm hier! Hier ist Eli Wentz! Bist du! Mond-Meyer! Da! Eli Wentz! Kann man die Töten? Jetzt was ein Uninteressant, ne? Man kann ihn töten! Ich wollte ihn mit der Kettensäge töten! Guck mal hier! Geile Waffe! Pass auf, was du sagst! Kettensäge ist nämlich ne... So! Ich mach jetzt nen Strike! Huah! Man kann ich hier nicht aufheben! Und, ey! Den Bodenenping kann ich aufheben! Jaaaa! Warte! Äh, ja genau, renn du mal damit weg! Das ist ne sehr gute Idee! Ja, an anderen Fisten vorbei! Das wär noch ne gute Idee! das ist mein schutzschild ich komme durch die kann ich hier durch mein hallo leute ist tot ist tot es spielt sie wer uns leiche liegt draußen und ich glaube du bist das ich habe gerade rausgeschaut seine leiche liegt draußen in der großen halle ich kann nur nicht rausgehen ich kann euch nicht rausgehen ich brauch den ausgang hier nein ich traue ich bin drin ist es ist der ernst erfreulich leben an und das ist ein so für ich auf die auszutaten so auf eine leichte die sie hier nicht du bist ja dieses einmal kringst es mit wenig stelle das ist ja auch schon mal auch wenn es ist ja auch wenn ich schreie und so und ich wollte erst ein käse mit dem mit dem pin hier töten ja auch geil gewesen kommen wir jetzt machen ich bin so ein scheiß tritt das stimmt gebe ich dir recht ja oh ja youtube rocket league high bin quad by quad x hat er sich schon wieder umbenannt oder was ist jetzt los wieso benennst du dich die ganze junge das ist ein bisschen komisch das erinnert mich schon fast als selbst was wenn es den jungen macht neue kanäle das ist was anderes was ist tot nein wer ist tot und meier nein der alte ich weiß nicht wie der heißt ist das der mit dem falschen bein nein der hat ein richtiges bein was meinst du mit falschen bein der alte sack hier komm mal her komm mal zu mir da ist eine mikrowelle nehmen heißt das was pony ich mein den raum mit den sägen warte ich bowle hier mal hier ist keine sägen hier ist nur ein alter sack der am rumstinken ist ja komm mal raus aus dem aus dem warum sollte jetzt gerade rauskommen ich will dir helfen ok es ist ein zweiter kanal rayon komm mal her hä hier ist nur der jinks hä wo bist denn du wenn ich gleich tot bin wisst ihr dass es das pony ist ja geh mal da weg es gibt ein pony warum warte 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 mann oh ja jetzt komm mal her why also ich bin mit dem pony zusammen ne ich hab immer still bin und fuhl hat euch ne also sagt mir ja freundin weil du mit dem pony zusammen bist immer rein ich bin kein trailer wenn wir jetzt sehen ja kannst du rückgucken wenn ich gleich tot bin war es das pony pony geht raus wo ist eigentlich spezi macht das tür zu macht das tür zu hallo ok leute beachtet mich was denn hi hi bei quadex auf deinem hauptkanal das geht nicht ich lebe ist grün jetzt gehst du reinkommen ja aber das andere hat auch die toiletten angesehen wenn ich jetzt sterbe ist das lila pony du meinst das geile was muss ich jetzt drücken schau mal da rein schau mal da rein ich gehe automatisch da ist auch eine wurst drin ja dann gehe ich dich rein richtig geile fette kackwurst darf ich bitte wieder raus wir haben die klappe drückt das dauert also ja der klopp ist weg ok ponies sind real ja ponies sind real pony laufe ok einer von euch beiden es macht euch gegenseitig wir töten beide squad vorrücken ok das sind die cod skills macht sinn ja wir haben uns gegenseitig geproovt ja hier am täter tester gucke meine aufnahme guck meine folge ja ihr beide müsst euch jetzt gegenseitig machen geil wer war diesmal da war das vorhin und ich und einmal eine oder machte so eine scheiße ist ja ok ok ich habe nicht mal was getragen warum hast du ihn jetzt nicht getötet was war denn ja das hätten wir nicht auch anlögen können uns gegenseitig traiter waffen austauschen haben wir nie gemacht aber wir könnten es können wir könnten es können ich habe ein geschenk hier für euch ja weißt du was ich darf jetzt machen für diese aussage sobald es losgeht mach ich einfach den hier nein geh weg Chris ich hatte deinen kopf im Visier du hast dich zu schnell bewegt warte ja Chris ja Tony kommt was soll das ich bin Half-Life nein du bist die Welt Späti habe ich töten oder dass du mich tötest du bist gerade übelst geiles Game Späti darf ich nicht nur dass du mich tötest Hallo wir jetzt immer zum Trader Tester kommen ja gleich wir müssen uns das Chris töten wir wissen der Trader Tester überhaupt Späti habe ich deine erlaubnis sagen wir dir nicht ja wow Späti darf ich ja wo du vorhin war es bei dem Typen ist der war es bei ihm ja genau ich bin kein Trader Späti ich bin kein Trader Späti war reinfahren wir gehen richtig Späti komm hier ähm Pony Chris ist tot ne also er war kein Trader also es ist entweder der Typ im Schlepptau oder du ja dann Proven wir uns ja dann Proven wir also wenn ich gar still bin ne also ich singe jetzt einfach sterbe 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 la 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 oooh was ist das denn für ein Typ das ist ne Chick BAM ALDER die ist Hulk das ist Alex Rance die da ist doch da ALDER also sterb nicht ALDER krass das ist ein richtiger Ski Hulk oh neii ist tot MÖRDER Sagt der richtige aber einfach können wir sie bumsen aber das ist die Hour amo das ist die Ja, da war was mit Pony Love, oder? Das ist doch noch, oder? Ja, ja. Wo waren die Trader-Tester? Wir müssen nur wieder gucken, wen wir als erstes testen. Dich! Ich weiß nicht, ob das so ne gute Idee ist. Also ich bin Proof, ich hab Chris getötet. Warte, Fasse schärfen! Späße, geh weg! So. Ja, ich bin schon weg. Okay. Hier ist es. Späße, Deckung! Ja! Gut gemacht! Ja, Späße! Fuck, ich dachte, es tötet euch beide. Nee, hallo! Ich hab Chris getötet und er hat mich nicht getötet. Es ist ein Vertrauens-Test. Nein, ich dachte, das Pass tötet euch beide. Nee, Alter, ich hab draußen schon zwei feste Entschärfen. Ich hab gerade einen Traitor-Raum entdeckt. Fuck, krass. Ich hab kurz gestorben, weil ich auf einen Pass geschossen hab, weil ich da extra hingelegt hab. Naja, du bist ein richtig krasser Dude. Ja, ficken! Nice. Scheiße, das war ein Typ. Scheiße, das war ein Typ. Merkt man erst nachher meistens. Scheiße, das war ein Typ. Warum auch nicht. Ja, das ist die geile Schnecke. Ja, Bupsi, die älte, die geile Schnecke. Ich bin nie mehr Traitor. Was ist denn los? Am Anfang von der Aufnahme-Session bin ich immer 30 mal Traitor und dann nie mehr. Ich bin der Traitor-Teste, Leute! Okay, Späzie, Deckung, komm. Ja, komm, dann machen wir dich jetzt. Also wenn ich gleich hoch bin, war Späzie, die läuft gerade hinter mir, ne? Ja. Ja? Also sing einfach mal. Wap, bap, ba-da-di-da-da, wap, bap, 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 bap. Oh, der ist hier. Wow. Ich glaube, das Podi-Ford ist jetzt ein Fass. Äh! 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 Soll ich jetzt raus oder rein? Soll ich jetzt raus oder rein? Soll ich jetzt raus oder rein? Rein, raus! Rein, raus! Du kennst das was? Soll ich ja tot bin, war es leider von euch beiden. Ne, ehrlich? Späzie hinter dir. Was? Ne. Was meint der? Alter, die Tür auf! Traitor! Ja, klar! Ich kann doch noch... Das muss nix heißen! Rein theoretisch. Naja, als Proof. Naja, hab ich vielleicht mal nicht poliert. Ja, ich war hin noch! War... War legitim! Er... Er schaut nach vorne und hinter ihm geht die Tür auf. Er hat die Tür aufgemacht. Jaaa! Äh! 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 Was Intelligenzpunkte? Alle? Ich bin High Intelligent! Guckt mich an! Ich bin... High Intelligent! Ich bin Mister Zweistein! Jaaa! Ich hätte dich locker töten können, als wäre er zu zweit alleine warnt. Hättest du! Hier ist die Woman Abteilung! Na gehör ich hin! Oh, wo sind sie? Hallo! 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 kommen wir zur bar leute ich bringe freundin mit ich aufnehme ja ich hab's gesehen wirklich ok drauf squatt vorrücken wo sei der trainer der hat sie nur interruptiert ist so blöd dass er den raum in den special waffen nicht das ist ein typ von draußen es gibt special waffen die nur der trader öffnen kann dort wollen wir jetzt einfach frieden haben und zu bar gehen und jemanden wegknallen du bist aber nicht du hast eine bombe platziert die hälfte von der c schon zerstört aber es war keine bombe ich bin noch war leute ich bin noch da ich bin froh dass er die ganzen traiter dinger nicht kennt shooter king hallo shooter king auf späte shooter king auf späte ich glaube copy paper wie komme ich eigentlich wieder raus muss ich teleportieren nein das gute ist ich weiß wo du rauskommst erinnern ist nur kein teleporter eigentlich müsste leider sein ich glaube er muss uns töten ich will den käse essen ich will den käse essen oh mann bony nice ich habe euch vernascht leute ich dachte er kommt aus der ecke an der ecke raus ja ich habe euch gerne vernascht sagt er einfach so weil er sowieso nicht hinkriegt kleine muschi ja ich lecke lieber als dass ich sie pinkle was das gibt spaß bei der bar der schuppenpenis kommt dr brin das ist da ja als maul ja passt schon er hat mir gerade so viele hintergrundbräuche sind hintergrundgeräusche so ich bin gleich bei der bar kreuen in fünf vier drei zwei boom wo ist s und haben wir sie sie Der Käse. Ich glaube der Käse hat gerade Wehran getötet. Ja. Oder andersrum. Oder er ist einfach nur dumm. Das sagt aber auch keinmal mehr was. Ja. Obwohl sie immer reden, auch wenn sie tot sind, ne? Da gibt's Gründe. Ja, okay, wir machen Teufelsprich. Also ich rede immer an die Trailer Bin. Also hm. Auch wenn ich tot bin. Und nehm. Props. Props for this. Benz. Benz. Benz oder Google. Benz oder Google. Benz oder Google. Wie komme ich denn raus aus dem Charakter? Steuern. Ach das stimmt. Da war ja was. Ich will ne Kugel sein. Ben. Pauni, Pauni leg mal ne Kugel auf den Boden bitte. Okay, ich hab... Leg zwei Kugeln auf den Boden. Leg mal ne Kugel auf den Boden. Leg mal ne Kugel auf den Boden. Kugel auf den Boden bitte. Leg mal zwei Buhl... Buhl. Leg mal ne Kugel auf den Boden bitte. Irgendwas explodiert hier gerade. Leg zwei Kugeln auf den Boden. Ich hab zwei. Leg ne zweite auch noch dazu. Nein, nicht so schnell. Krieg ich nicht hin. Leg ne zweite auch noch dazu. Danke. Wie komme ich da noch mal rein? Ach ja eh. Stimmt. Ach das ist die Tür. Okay. Rayon, lass uns bohlen. Wo ist meine Kugel? In deinem Arsch. Ich fick meine Kugel nicht. Hey, ich will da ein Pony rumlaufen. Jetzt nicht mehr. Ja. Eine liegt in den Pins. Hä? Du siehst mich rumlaufen? Ja, da bist du. Ach da. Ja, töte das andere Pony. Was? Das andere Pony ist tot. Mh, ist klar. Bei mir im TAB lebst du noch. Oder Spezi ist es. Nein, ich bin das definitiv... Wir können zum Traitor-Tester gehen. Ja, okay. Guck aber lieber nach hinten. Was hast du für ne Waffe? Ja, ne Farmer. Warte, 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 ich guck mal ob Fässer da sind. Ja, roll einfach rein. Raya. Ja. Siehst du mich? Nein. Du als erstes? Ja. Okay. Machst du da. Rumroll. Oh, warum töte dieses Scheiß Blade denn nicht? Ja, aber echt. Die So Blade die Scheiße. Du musst mehrmals sitzen. Nicht nur einmal. So Blade ist nicht so krass. So, sonst hätt ich die schon benutzt. Wende dich einfach an mich. Ich hab grad nen Strike geschafft. Jojojojo, du sag doch. Ich hab das auch schon mit ner Disco geschafft heute. Was hast du das schon in Facebook geschafft? Nein, mit ner Disco auch ich geschafft. Strike auf Facebook alle weg. Raya und ich hab grad nen Raum mit Kugeln gefunden. Ja. Die man einfach so runter schubsen kann. Auf die Maschine. Komm mal zu mir, Raya. Nein. Ist das für die Bowlingbahn? Ne, du tötest mich. Ich bin am linken Ende. Am linken Ende. Das ist links, wo ich... Bist du rechts? Achso, ich seh die links, links hier. Random kill! Raya und jetzt hat jemand getötet. Ja, war ich. Ich hab Chris getötet. Komm. Hier hinten. Warum soll ich da jetzt reingehen? Ja, weil hier der Raum mit... Ja, 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 ja. Da hinten war da doch nen Bummern los auf mich, ne? Ne. Nö. Nö. Wenn ich tot bin, war's Chris, ne? Ja, alles klar. Komm. Dahinten, dahinten dir. Da ist der Raum mit. Geh doch mal vor. Ja. Hier. Bummern. Bam. Hier. Da oben. Da oben. Und jetzt lass mich wieder raus. Ich trau dir nichts. Rayon. Rayon. Spezi, fang die Kugelspezi. Wo welcher? Wo? Hier kommt kein Thomas. Als ob du... Du hast ein Thomas, kommt von hinten, Chris. Ja, du hast dich verfehlt. Oh. Geh weg. Chris, geh vor. Ja. Rayon, wir gehen in den Traitor-Tester. Okay. Ladies first. Ja, geh vor. Wer stellt sich über die Kabine und sagt Muschilecken? Du gehst vor, also. Okay, gut. Rainer. Rayon, wieso läufst du weg von mir? Ich hab ne Idee. Rayon. Okay. Rayon sperrt mich im Traitor-Tester ein und läuft weg. Oh, komm dir das mit dem Ex-Bus fast zurück. Zu sicher. Ah! Mondmeier. Mondmeier. Okay. Ja, okay. Warum? Warum? Mondmeier, du hast grad Rayon getötet. Warum? Alter, ist das dein Ernst? Warum? Warum? Ah! Jetzt mal ohne Scheiß. Why? Warum? Er hat ihm gesagt, du hast dich da eingesperrt und kommst mit weg. Ja, ich mach natürlich den Traitor-Tester zu, damit er testet. Und dann wollte ich einen Fass holen zur Sicherheit. Falls er Traitor ist. Und das kann nur sehr verdächtig sein. Ja, ich war in Österreich, du hast sie gesehen. Nix. Ja, ja, ja. Ja, ohne Scheiß. Immer diese Randoms. Immer diese Randys. Immer diese Randys. Diese Randys. Diese Randys immer. In den Arsch mit den Randoms. Sind schon fast so gut wie Randy. Vor allem bist du da gewesen, wär's mit dem Fass, hätte er auf das Fass geschossen, wär's tot gewesen. Nee. Wäre er Traitor gewesen, hätte ich ihn nicht rausgelassen. Warte, ich tötet ihn. Hä? Das geht automatisch auf, du. Nee, das leuchtet vorher, bevor es aufgeht. Das stimmt. Ja, aber danach geht's automatisch auf. Ja, da hätte ich schon das Fass gezündet, bevor er raus ist. Es geht durch die Wand. Gibt's gerade keine anständige Shopkin eigentlich, ey. Rheon. Rheon, hallo. Ich werde jetzt Chris töten, weil ich ihn nicht mag. Darf ich? Nee. Warte. Bitte. Habe ich dir Erlaubnis? Eigentlich müsste ich das Pony töten. Aus Rache. Ja, eigentlich schon. Komm, das macht mir das real. Wollen wir Chris? Also, ohne Scheiß, wollen wir? Ja. Also, er darf mich danach nicht töten. Ja. Komm, mach, mach. Ich vertraue dir nicht. Du musst anfangen. Gut, du magst dich. Okay. Okay. Jeder einen Schuss. Ich hab einen. Ah! Hey! Herr Ballert. Und der war eh noch. Aber Chris, warum bist du jetzt eigentlich so bereitwillig eingestiegen auf die ganzen Dinge? Ich glaub, das ist verdächtig. Ich glaub, das ist verdächtig. Mein Kamer geht nach oben, oder? Ja, mein Kamer geht nach oben. Ja, mein Kamer geht nach oben. Chris, das ist wirklich sehr, sehr verdächtig. Mein Kamer steigt, Leute, das ist schlecht. Daher wollen wir wieder einen Trader-Tester, gell? Ich wär dafür, aber ich habe das Gefühl, dass ich spät sie. Geht euch. Ja, hei. Du hast ihn einfach so getötet! Hallo! Ich geh zuerst in den Tester. Ich nehm fast mit. Ich hab auch irgendwo hingeschossen. Lauf! 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 Glas! Glas! Warte. So, jetzt. Hä, das kann man zerstören? Ja. Und jetzt? Mach. Wie krass das einfach ist. Ja, drück. Geht doch. Drück. Mach da gleich wieder hinten die Geheimtür auf. Ich bleib schon mal hin sicher, ich geh hinten. Oh, lol! Nein! Mann! Warum ging... Mann! Ich hab vergessen, dass das weiter wegspawnt! Fuck you! Mann! Da bin ich ein bei den 88 Runden-Trader! Hast du, du warst es? Ja, natürlich! Wenn du Spezi wärst, weil du vor Spezi rauskam. Ja! Wir spawnen ein bisschen Specker! Oh, Chris! I hate you! I hate you! Alright, and I love you! Motherfucking Bastard! Alter! Ich hasse euch beide, ey! Pony, jetzt machen wir wieder Laugh, okay? Ich liebe dich, Dura! Pony, wollen wir wieder Laugh machen? Noobs! Ihr könnt gar nichts können! Du machst du geile Eier, darf ich die kraulen? Ich töte jetzt Chris einfach, weil er scheiße ist! Alter! Ich will die scheiß Dings haben jetzt, aber! Wo ist denn Chris? Ich will ihn töten! Ich bin in deinem Arsch! Nee, das wüsste ich! So ne kleine Armöbel lass ich da nicht rein! Äh, hallo? Was war das? Pony! Jaaaa! Pony Peace! Nee, da hat gerade jemand geschrien, glaube ich! Pony, peace, Pony, oder? Jaaa! Pony! Pony! Wir haben doch Peace, oder? Hm, ich hab ganz viel Peace! Gib mal Peace ab! Oh! Etwa, ein Peacemaker! Wollen wir uns ein Peace austauschen? Ich versteck mich jetzt hier! Okay, ich komm mit! Hey! Da ist... Bei der Mikrowelle! Das ist Dr. Kleiner! Ich töte ihn! Geh weg! Alter! Okay, die Mikrowelle kann ich nicht zu spüren! Und... Pony! Nein! Du bleibst drinnen! Nein! Das Pony muss bleiben! 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 Okay, Rayon! Jaaaa! Pony muss bleiben! Das Pony muss bleiben! Ich seh nix! Deswegen muss das Pony weiter bleiben! Hä? Wo bist du? Hä? Das Pony noch drin? Oh, da ist Eli! Den töd ich auch noch! Auch! Pony bist du noch drin? Ich seh dich nicht! Pony muss bleiben! Wer ist drin? Ich mach wieder zu! Hä? Wieso kann ich die Säge nicht nehmen? Das Pony muss bleiben! Das Pony muss bleiben! Hä? Wo ist das Pony? Nicht du? Du bist ja echt doof! Ich bin hier vorbei gesprungen, ey! Was?! Da war so viel Gülle! Ich bin, wie es sich gehört, aufs Damenklo gegangen! Ach, ach so! Warte! Ich komm auch! Gibt's da Chicks? Jaaaa! Du bist immer noch im Raum! Warten! Ich seh deine Haare durch die Wand! Hä? Nein! Das ist ein Bug! Hä? Ich bin in dem linken Klo! Hä? Ich hab meine Haare durch die Wand gesehen! Was ist das für ein Raum? Ja, ich hab doch gesagt, er ist bestimmt vorhin gestorben, als er geschrien hat! Jetzt komm mal zu mir! Ich bin in dem linken Klo! Im linken Klo ist niemand! Du hast doch gar nicht aufgemacht! So, ich bin jetzt im Damenklo! Hier ist niemand! Wahrscheinlich! Doch! Mach doch mal die Tür auf! Ich seh doch deine Füße da durch, wenn du drinnen wärst! Nein! Ich steh auf dem Klo, du Depp! Also wenn ich gleich tot bin, ne? Wisst ihr wer das war, ne? Chris? Was? The women's bathroom has been flooded! Ja! Deine! Deine! Ja! Natürlich! Natürlich! Ja! Ja! Natürlich! Ich bin drin, ne? Deswegen, ja! Und ich hab's gesehen, dass du deinem Chestrader auch warst! Und ich sag nur reden, weil ich doch nicht tot bin, du verdammter Bastard! Fick dich in deine Mutter! Ah! Okay, wann's da grad passiert? Oh, hi Alex! Was ist mit Polly Love geworden? Ich hab Alex getötet! Ich weiß nicht! Ich bin übrigens gerade im Männerklo, wenn du kommen willst! Das ist Chris sein Mädchen! Ich schau mir lieber das gefluchtete Frauenklo an! Okay! Das nicht mehr geflutet ist! Mondaya! Ich bin jetzt im Männerklo! Halt den Maul! Siehst du mich nicht hier? Er ist nicht drin! Der Traitorum ist woanders! Ich weiß wo die Traitorum... Nein, ich kenn... Fuck you! Warum Chris? Ich rieche aufs Klo gegangen! Och man! Ohne Scheiß! Ich rieche random kills! Ich hätte dich gekillt, wenn du ins Klo gegangen bist! Aber ich bin ausreden in den Teleporter reingegangen! Also killen ist ja eine Sache! Aber kalblich ertränken und dabei lachen! Das ist ja ne! Das war richtig absichtlich bei mir raus! Der Traitorum hat mich von absichtlich getötet! Ich fand das nicht gut! Ne, das war voll unabsichtlich! Chris, wollen wir das Pony töten wieder? Ja warte, ich muss hier noch die... Man kann nicht vor den Kugel eigentlich voll durch die Luft schreien, indem man mit der Crowball raufschlägt! Ich weiß! Das ist voll krass ne! Kann man jemanden damit erschießen? Keine Ahnung! Wollen wir testen? Ja! Gut, die Runde hat jetzt erst... Sonst hätte ich jetzt schon... Ja, ich hab noch keine Wache für Kacke! Warte, jetzt hab ich mal den... Was, wir spielen mit Bowlingkugeln? Ja, dann gehen den Traitorum hat er holen! Ah, wer hat auf mich geschossen! Ich hab die Bowlingkugel angeschossen! Hat sie dich wirklich getroffen? Hey! Warte, bleib, 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 muss doch stehen! Ich will... Ich will schon noch die... Hey! Aua! Nein, dann mal Spezi! Du! Nein! Ich hatte noch nicht mal... Mal ohne Scheiß! Was ist denn los? Das war doch so für eine random Killer! Ja, aber echt! Ne, ich rufe doch nicht Minecraft! Nein! Es wäre... Es wäre... I'm sorry! Der war's! Der war's! Und wieder war ich der Letzte! Ja, aufs College! Nicht Minecraft! Nein! Deadwood ist geil! Deadwood ist geil! Nicht Minecraft! Nein! Wer, ne? Ich liebe! Na gut, dann machen wir College! Ich bin scheißegal! Ja! Oh! Eigentlich, eigentlich wollte ich bei Slender jetzt nochmal schnell zu Slender sagen! Ist mir auch egal! Aber kein Ministra! Ja! Musik! Das wird eigentlich, ich frage kann! Untertitelung des ZDF, 2020